Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 8. August. Heizlüfter-Boom löst Sorgen um Stromnetz aus, Rheinfähre wegen Niedrigwasser vor Pause und erstes Frachtschiff legt nach Blockade in ukrainischem Hafen an. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Sonntagnachmittag ist ein Radfahrer im Waldbereich hinter der Fasanerie gestürzt. Wie die Feuerwehr meldet, wurde der verletzte Mann nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Feuerwehr und Notarzt hätten aufgrund der exponierten Lage und der Verletzung des Radfahrers entschieden, den Patienten mithilfe von Höhenrettern und unter dem Einsatz eines Hubschraubers zu retten. Der Radfahrer sei versorgt und stabilisiert und dann im Luftrettungssack für den Transport vorbereitet worden. Begleitet von einem Höhenretter sei der Patient zu einem Übergabepunkt nahe der Fasanerie geflogen worden. Dort konnte er vom bereitstehenden Rettungswagen übernommen werden und mit Notarztbegleitung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden, so die Feuerwehr. Die Wiesbadener Ausstellung Bellevue stellt Veränderungen für ein komfortables Leben im Alter vor. Die Innenarchitektin Nicole Bruchhäuser berät Senioren, oft auch deren Kinder, darin Überlösungen, um weiter selbstständig, sicher und komfortabel im eigenen Zuhause leben zu können. Denn Ältere verbringen die meiste Zeit des Tages in der eigenen Wohnung oder im Haus. Doch viele stoßen dort auf Barrieren, wie Stufen vor der Eingangstür, Schwellen in der Wohnung oder Küchenschränke, die so hoch hängen, dass die Bewohner sie kaum mehr erreichen können, ohne auf einen Stuhl zu steigen. Manchmal sind es kleine Dinge, gar nicht so aufwendig, mit denen viel bewirkt werden kann, weiß Bruchhäuser. Ein Beispiel, ein Haltegriff im Bad kann den Gang zur Toilette und das Aufstehen vom Örtchen erleichtern. Ein Pflegebett, das lehnen Menschen ab, die glauben, es schaffe eine Krankenhausatmosphäre. Sie wollen eine Stigmatisierung vermeiden, sagt Bruchhäuser. Sie weiß, dass das Thema Wohnen im Alter für viele mit Scham behaftet ist. Es könne verdammt wehtun, sich das eigene Altern, verloren gegangene Fähigkeiten, einzugestehen. Doch je früher man sich damit beschäftigt, umso besser, sagt die Expertin. Noch fährt die Rheinfähre Michael zwischen dem Ingelheimer Stadtteil Freiweinheim und Österreichwinkel. Aber das anhaltend trockenheiße Wetter und der ständig sinkende Wasserpegel im Rhein machen ihr zu schaffen. Schon in wenigen Tagen könnte die für die Michael-kritische Marke von 70 cm Wassertiefe vor der Anlegestelle Mittelheim in Österreich unterschritten werden. Dann werde die verbleibende Fahrrinne in der Winkeler Buch zu flach und zu schmal, erläutert Fährbetreiber Michael Maul. Dann heißt es für die Michael-Pause und die Flachwasserfähre aus Niederheimbach kommt wieder einmal zum Einsatz. Noch ist die Michael bei ihren täglichen Fahrten über alle Sandbänke und Untiefen auf ihrer Strecke hinübergekommen. Aber mit den Propellern wirbeln wir jetzt schon den Kies auf, das ist Gift für die Maschine, Weißmaul. Die Fähre, die Maul anmieten will, hat einen Tiefgang von nur 40 cm im Gegensatz zur Michael mit einem Meter Tiefgang und überquert den Rhein normalerweise zwischen Niederheimbach und Leuch. Die Nachfrage nach Elektrowärmegeräten ist aus Sorge um die Gasversorgung stark gestiegen. Auch in Darmstadt wird von den Baumärkten ein gesteigertes Interesse an Radiatoren und Heizlüftern beobachtet. So sind die Geräte aktuell kaum noch lieferbar. Der Heizlüfter- und Radiatorenboom bereitet Versorgern und Netzbetreibern Kopfzerbrechen, sie sorgen sich um die Stabilität der Stromnetze. Der Sprecher des Darmstädter Energieversorgers Entega, Michael Ortmanns, sagt zum Heizen über die Steckdose, in den meisten Fällen macht das weder energetisch noch ökonomisch oder ökologisch Sinn, denn die Geräte verbrauchen viel Strom, treiben die Rechnung in die Höhe und sind ineffizient. Beim übermäßigen Einsatz könne es zu Überlastungen der Stromnetze und damit zu unkontrollierbaren Stromausfällen kommen, warnte vor wenigen Tagen der Geschäftsführer der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH, Peter Lautz. Wir schließen uns grundsätzlich der Einschätzung aus Wiesbaden an, erklärt auf Anfrage Entega Sprecher Ortmanns. Zum Konzern gehört auch der Netzbetreiber Inet Südhessen. Dessen regionales Netz sei grundsätzlich stabil, was auch die im bundesweiten Vergleich äußerst geringen Ausfallzeiten zeigen, betont Ortmanns. Aber eine Überbelastung durch Heizstromgeräte stellt auch für uns eine Gefahr dar, aus den gleichen Gründen, wie dies die Wiesbadener Kollegen zu Recht darstellen. Nach dem Ende der russischen Sieblockade hat erstmals wieder ein Frachtschiff in einem ukrainischen Hafen angelegt. Der Schüttgutfrachter Fulmar sei im Hafen Tschornomorsk angekommen und bereit zum Beladen, teilte das ukrainische Infrastrukturministerium auf seinem Telegram-Kanal mit. Die in den letzten Tagen aus den ukrainischen Häfen ausgelaufenen Schiffe hingen dort bereits seit Kriegsbeginn fest. Die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs und der damit verbundenen Getreidelieferungen aus der Ukraine sind wichtig für die Stabilisierung der Lebensmittelpreise weltweit. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de Wir haben uns per Mail an audio-at-vrm.de